Ja, hallo zusammen. Damit darf ich euch alle ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Endstand 3 zu 1 vor insgesamt 45.457 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ich darf neben mir auch die beiden Cheftrainer begrüßen für die Gäste Daniel Scherning und unseren Cheftrainer Christian Fjell. Und Daniel, als Gast hast du das erste Wort, dein Statement bitte. Ja, Glückwunsch an Hertha, Glückwunsch an Fjellot zum Sieg. Ich glaube aber mehr als die Tatsache, dass Hertha dieses Spiel gewonnen hat, heute haben wir es verloren. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben, glaube ich, den Gegner in der ersten Halbzeit geschafft zu nerven. Wir haben es verpasst, so den einen oder anderen Umschaltmoment wirklich sauber rauszuspielen. Und trotzdem, glaube ich, gehen wir auch nicht unverdient 1 zu 0 in Führung. Das Spiel lag da, wo wir es haben wollten, in der Halbzeit mit einer brutalen Überzeugung dafür, das Spiel auch zu gewinnen. Ich glaube, das hat man auch so am Publikum, in der Reaktion gemerkt, dass viel da zu dem Moment einfach bei uns lag. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir, wenn wir bei elf Mann bleiben, heute eine hohe Wahrscheinlichkeit gehabt hätten, dieses Spiel zu gewinnen oder was mitzunehmen. Und Fußball ist manchmal sehr hart. Ich bin jetzt relativ lange schon Trainer, ich glaube seit 15 Jahren und kann mich nicht erinnern, dass ich im Profibereich ein Spiel auf die Art und Weise mit diesen individuellen Fehlern schon mal verloren habe. Situation in der 50. Minute, ich will sie gar nicht bewerten, ob es dann auf der Linie war, kurz davor oder kurz danach. Sondern die ganze Situation startet natürlich auch mit einem Bodenabschluss, der einfach nicht in den Raum soll, wo er reingeht. Und dann mit einem relativ einfachen, tiefen Ball von Hertha, den wir aber kontrollieren über Kevin Ehlers. Und Lenny darf da in dem Moment natürlich auch gar nicht erst raus. Und wenn er rausgeht, muss er eine Kompromisslosigkeit und eine Klarheit haben, diesen Ball zu klären. Und dann ist natürlich die Worst-Case-Situation für eine Mannschaft, für einen Trainer, du kriegst einen Elfmeter und eine rote Karte. Und dadurch war das Spiel komplett auf den Kopf gestellt, beeinflusst in die andere Richtung. Und das zweite und dritte Gegentor schießen war, muss man auch sagen, auch selbst. Beide Situationen, die erste können wir besser klären, die zweite ist ein Ballverlust auf der Höhe, wo es einfach nicht geht. Und so machst du dir natürlich so eine gute erste Halbzeit irgendwo kaputt. Fühlt sich brutal an, hier auf die Art und Weise zu verlieren. Weil ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit die letzten Wochen auch bestätigt hatten und dass wir auf einem guten Weg sind. Und deswegen gilt es auch, trotz aller Enttäuschung über diese Niederlage auf die Art und Weise viel aus der ersten Halbzeit mitzunehmen. Ich glaube, dass uns das als Mannschaft auch nicht umwerfen wird hier, sondern dass wir daraus lernen müssen. Und dass wir uns dann auch gerade in Richtung Sonntag, wo wir ein sehr wichtiges Spiel gegen Preußen Münster haben, dann auch nach sicherlich Tagen der Enttäuschung und der Wut und der Klarheit in der Ansprache dessen, dass solche Dinge nicht passieren dürfen, werden wir uns Richtung Sonntag dann auch wieder schütteln. Und die nächste Aufgabe dann auch wieder voll fokussiert angehen. Danke. Vielen Dank, Daniel. Dann Fialo, deine Einschätzung bitte. Also erstmal nehme ich diese drei Punkte, weil wir auch schon Spiele hatten, glaube ich, wo wir darüber gesprochen haben, wie das dann zustande gekommen ist. Und da ging es mir so ähnlich wie dem Kollegen. Auf der anderen Seite bin ich nicht zufrieden, weil wir Dinge heute vor allen Dingen, bei zweiter Halbzeit kannst du dann kaum noch bewerten, in Unterzahl vom Gegner, aber weil wir Dinge nicht machen, die wir die ganze Woche über im Training hatten, die wir in Bildern gezeigt haben, weil das System vom Gegner, die einfach den einen oder anderen Raum gibt, den du bespielen musst, wenn du ihnen Probleme machen willst, dass sie eine Mannschaft sind, die immer wieder Stress ausüben, das wussten wir. Aber wir haben heute vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht das gemacht, was wir sollten. Und deshalb bin ich sauer, weil ich es auch nicht so richtig verstehe. Und in der Halbzeit sprechen wir nur über dieses Thema und zeigen ihnen zwei, drei Sachen dazu. Und dann geht die zweite Halbzeit los und die erste Aktion ist dann so eine Situation, wo wir hinwollten. Und dann passiert der angesprochene Elfmeter und ich glaube, dann ist es ein komplett anderes Spiel. Das Ärgernis vom Kollegen verstehe ich nochmal, uns ist es auch schon passiert, aber das ist der Fußball. Ihr wisst auch, wie oft wir dann darauf angesprochen wurden, heim und wir gewinnen zu Hause nicht. Deshalb, wie ich es gerade gesagt habe, wir nehmen diese drei Punkte. Und ja, trotzdem werden wir in der nächsten Woche über Dinge sprechen müssen, die grundsätzlich einfach auch wichtig sind für unser Spiel. Weil wenn wir die nicht umsetzen, dann wird es schwierig, Spiele zu gewinnen. Danke. Danke, Fjalloh. Dann ist jetzt die Möglichkeit da für Fragen an die beiden Cheftrainer. Fangen wir an bei Inga Börderling für die Berliner Morgenpost. Zwei Elfmeter, zwei unterschiedliche Schützen. Gibt es irgendwie eine Absprache, wer die Elfmeter schießt oder machen die Spieler das komplett unter sich aus? Das machen die Spieler unter sich aus. Da gibt es keine Vorgaben vom Trainer, wird es auch nie geben. Das sollte er machen, der sich gut fühlt und der ihn dann auch reinschießt, hoffentlich. Und heute war es zweimal der Fall. Steffen Rohr für den Kicker in der hinteren Reihe einmal. Florian Niederlechner kriegt in der Saison nicht so wahnsinnig viele Minuten, kam heute wieder von der Bank, war sofort drinnen, Elfmeter gezogen, Tor gemacht. Was gibt er der Mannschaft an solchen Abenden? An solchen Abenden den Elfmeter und ein Tor. Und generell einer, der auf seinen Moment wartet, der immer wieder dann in diesen Zonen ist, wo es gefährlich wird. Der, habe ich glaube ich auch schon mal ein paar Mal gesagt, der das Tor riecht. Und trotzdem ist auf der Position einfach auch viel Konkurrenz. Und darum geht es, wenn du deine Minuten bekommst, da zu sein und sie genau so zu nutzen, wie er es heute gemacht hat. Noch eine Nachfrage von Steffen Rohr. Im Dreieraufbau hinten war jetzt nicht das erste Mal in der Saison, aber du hast dich klar dafür entschieden, heute Micky Karpovnik ins Mittelfeld vorzuziehen. Was war die grundsätzliche Idee dahinter? Im Zentrum Überzahl herzustellen, weil es jetzt auch nicht so ist, dass, ja, je weiter du von der letzten Linie weggehst, dass du das auch nicht so gerne machst, dann mit rauszugehen. Und da wollten wir vorbereiten, diese Dinge, die wir dann im letzten Drittel haben wollen. Aber das ist ein Thema, was wir heute nicht gut gemacht haben. Gehen wir einmal in die erste Reihe zu Thomas Flemer für die DPR. Danke. Ist das eigentlich das erste Mal, dass Ihre Spieler die Trainingsinhalte, die sie unterhalb der Woche geübt haben, nicht umsetzen? Wissen Sie, als Fußballer sind ja auch Menschen. Und dann gelingt es ihnen mal besser und dann gelingt es ihnen mal weniger gut. Und heute haben wir diese Dinge, die für dieses Spiel wichtig waren, die für diesen Gegner wichtig waren, nicht gemacht. Und deshalb haben wir uns sehr schwer getan. Dann keine weiteren Fragen mehr aus der Runde. Vielen Dank fürs Kommen. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und Daniel, euch eine gute Heimfahrt und alles Gute. Daniel, alles Gute, Junge. Habe ich vorhin vergessen. Sorry.